Du weißt flexen statt schätzen. 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 okay das ist jetzt aber ich hab ich habe jetzt nicht so viel spannendes gemacht also dritte abenteuer gilde war ja wir müssen eigentlich nur noch auf dieses heißt das dieses ostern ja ist dann alter lecker wir machen ja irgendwann dieses gemeinschaftszentrum oh scheiße ich brauche jetzt nein was mache ich jetzt ich habe kein geld dafür ich weiß nicht wann ich diese ok ja ok dann ja ok dann gehe ich einfach in die mine oder bevor ich in die mine gehe oder warte ich habe ja noch nicht fernsehen geguckt alter ich vergesse so viele sachen so sind gleich die brise ja dann gehe ich sogar wirklich in die mine ich habe es bis 20 geschafft das ist ok ich muss jetzt nur noch nach hause und dann habe ich dieses stark geschafft ok neuer tag sie haben sie wirklich so laut wir haben jetzt einfach karotze und macht schon ein alter ok das ist wirklich viel erst mal umarme ich euch oder ich brauche jetzt eigentlich diese mayonaise maschine ja das ist ja geil man so was machen wir denn denn heute warte mal tief nein 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 wenn heute ja angeln wir ja ok dann gehe ich angeln ich gehe einfach an mehr oder und natürlich habe ich mal wieder vergessen so es ist so wenig platz das ist nicht gut ok ok es ist jetzt schon elf vor 30 wow wieder karotzen weil hier waren überall muscheln und dann hat sich kein entfitter ja jetzt habe ich hier kein entfitter mehr kann ja wieder direkt nach hause ich werde jetzt die ganze zeit angeln beim stein und wir sehen uns gleich wieder ok ich habe jetzt kein platz mehr im entfitter und ich habe fast keine energie mehr und es ist 18 uhr 30 ja dann werde ich einfach nur noch bei diesem kleinen see da unten angeln und dann gucken was passiert ok ich habe es jetzt ich habe nur noch diese zwei fische gefangen oh man hört mich ja fast nicht mh hallo so habe ich irgendwie auf ja wir werden gleich sehen ob ich auf ach so die mine Oder? Ja, das... Das sind die Sterne? Was ist das? Was ist das? Ich habe das ja gar nicht gemerkt. Oh, Mann. Ich habe noch dieses Flussgelee gefangen. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Weggegeben. Warum? Nein, bin ich nicht. Ähm... Das ist irgendwie komisch. Drei... Naja, ist egal. Please... Bitte kein Level-Up. Das wirkt ja wirklich nicht da drauf, oder? Alter... Ja, okay. Ich mache erst mal... So, alles gemacht. Und jetzt... Wiederholung... Du hast... Nice, Mann. Wenig... Okay, gib mir die Mine. Ich habe zwei Karotten mit. Ja, und das war's. Okay, das geht's. Mmm... Mmm... Ooooooooh! Ooooooh! Ooooooh! Ich hab... Alter, ich hab keine Energie mehr, Bro. Game over. Ooooooh! Alter, wirklich. Erreiche den Grund der Mine. Oh, wenn... Endlich jetzt irgendwie so. Oh... Ich kann jetzt hier die ganze Zeit farmen. Nein! Hier war so ein Item. Naja, ist jetzt egal. Ähm... Ich geh jetzt nach oben. Und geh schlafen. Und geh schlafen. Ich hoffe, ich komme irgendwann da. Wirklich. Ähm... Okay, das heißt, ich muss jetzt meine Spitzhacke abholen. Und dann fertig. Ja, und dann werde ich irgendwann die... Eisenmine machen. Und dann einfach so weitermachen. 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 Aber ich hab mega viel Kupfer. Das ist... Gut. Oh, Mann. Schon so viel Uhr. Mh... 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 Die haben kein FOOT Oh, ich hab nur noch... Alter, okay, ich muss jetzt aufpassen, Mann So, und wir gehen jetzt zum Buchhändler Und wo ist er jetzt? Oh, wo ist der Buchhändler? Steht hier irgendwas? Nee Was? Wo ist der Buchhändler? Das würde ich jetzt wissen, Mann Hm, war's kurz Oh, Mann Wo ist der Buchhändler? Oh, das ist neu Ach, da ist der... Da ist der... Lesen um Sammelerfahrung zu sammeln Oh Lesen um Engel... Ja, okay Okay Okay, das ist teuer, Mann Das ist teuer Das heißt Oh, Mann Das wurde sogar hier gekennzeichnet Das heißt... Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist Aber ich glaube Man kann damit irgendwie Das sind so Booster Weißt du, so Booster So Upgrades Oh, hallo Hm Was mach' ich? Oh, ich kann eigentlich mal meinen ganzen... Na, 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 na Ich warte, bis diese Pflanze fertig ist Hm Ich brauch' irgendwie Ich kann die immer noch nicht bauen Oh, ich muss irgendwie Geld kriegen So Ich wollt' hier angeln Oh, ich vergesse immer alles nach einem Tag Yep Ich geh' jetzt angeln Und ihr Seht mich gleich Mit vollem Fisch Na, 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 na Ich hab' jetzt einfach gerade so ne Waffe gekriegt Ihr macht mega viel Schaden Und Das War's jetzt Oh, man Ich hab' jetzt Endlich Dem Katzenfisch Gefangen Der ist schwer Wirklich, der ist schwer Booster Woo Ungewöhnlicher Fisch, der in Strömern angetroffen wird Oh, wow Danke Danke So Das 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 Ich will mal gucken, wie viel das kostet Und den Rest schmeißen wir weg So Dann Dann Haben wir alles Heute Gemacht Es ist schon sehr viel Uhr So Gehen wir erst mal schlafen Ah, ich hab' nicht das andere gesehen Oh, man Ich hab' immer noch nicht genug 300 Brauch' ich nur noch Ja, natürlich ist das morgen Wow Wow Dann ich mal diese mit So So Nachdem ich alles verkauft habe Wow Ich werde jetzt mir Meine Spitzhacke abruhigen Wird, das kostet mich 2000 Das ist mein Bruder Das ist mein Bruder Mh 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 Wow 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 Er hat ihr Herze Oh, jetzt hab' ich keine Spitzhacke mehr Mh So Ich hab' jetzt geangelt Weil ich nicht angeln wollte Oder wollte ich Nein Ja, ich wollte ja erstmal angeln Aber dann wollte ich Mein Hof Und dann wollte ich wieder angeln Und ich muss eine neue Truhe bauen Ähm Ich hab' kein Holz So Müssen wir erst mal ein paar Bäume fällen Oh man Okay Alter Ähm Was mach' ich jetzt Wow Was mach' ich jetzt Ich hab' jetzt eigentlich alles fertig Ah ja Okay dann Ja Ich hab' jetzt alles fertig Wir sehen uns in der nächsten Folge Die nächste Folge wird dieses Ja Dieses Frühlingsfestival sein Und ja Wir sehen uns in diesem Video Hoffentlich Und bis bald Bis zum nächsten Mal BeRight Dein